Aktien 2.0. Der tägliche Ausblick auf Börse und Aktien. Hören und investieren mit Admirals und Analyst und Daytrader Jens Klatt aus Berlin. Hallo, es ist Mittwoch, der 5. Oktober 2022 und auch heute wollen wir uns natürlich einen Blick auf die Wall Street gönnen und einen Blick auf den ultrastarken Start ins 4. Quartal 2022 gm S&P 500, aber auch im Nasdaq und welche Aktien in diesem Umfeld potenziell outperformen könnten. In wenigen Sekunden gibt es mehr. Risikohinweis. Keine daher getätigten Angaben und Informationen sind als Aufforderung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen von Finanzinstrumenten zu verstehen, sondern dienen lediglich allgemeiner Information. Es wird hierbei ausdrücklich keine Anlageberatung offeriert. Jeder Handel birgt Risiken. Den ausführlichen Risikohinweis finden Sie in den Shownotes. Nun, zunächst einmal die Frage, wo stehen wir übergeordnet? Der S&P marschierte auch am Dienstag. Der Spyder, der ETF auf den S&P 500, legte mehr als 3% zu. Ebenso die Qs, der ETF auf den Nasdaq 100. Und ja, der Haupttreiber ist auch weiter. Meiner Einschätzung nach die Meldung von Montag, wonach die UN, die Vereinten Nationen, die FED und andere Zentralbanken aufforderte, den derzeitigen Zinsanhebungstyklus zu stoppen, da man infolge einer weiter restriktiven Geldpolitik fürchtet, dass es zu einer globalen Rezession kommen wird. Und bereits am Dienstagmorgen hatte die australische Notenbank den Leitzins dann nur um 25 statt der erwarteten 50 Basispunkte angehoben, was natürlich logischerweise Spekulationen anheizte, dass die FED wiederum es ihr gleich tun könnte und den Leitzins dann im November oder Dezember weniger scharf anhebt, als dies nach der letzten Leitzinsentscheidung am 15. September seitens des Terminmarktes erwartet wurde und was den Weg für neue Jahrestiefs kurzzeitig jedenfalls ebnete. Auch die in den kommenden Stunden und dann auch Tagen einkommenden Wirtschaftsindikationen werden in diesem Zusammenhang genau beobachtet werden. Heute stehen die ADP Arbeitsmarktzahlen um 14.15 Uhr an, die eine Indikation für die am Freitag wiederum anstehenden Non-Farm-Payrolls liefern, wo die vergangenen Monate ja bereits gezeigt haben, dass es, ich muss sagen, überraschenderweise zu Ausschlägen auf der Oberseite kommen kann, was wiederum nach den Aufschlägen von 5,7 Prozent zu Beginn jetzt des vierten Quartals im S&P 500 zu einem vielleicht sogar scharfen Rücksetzer führen könnte, einem sogenannten Ruckpull. Und nicht zu vergessen, das wirkliche Bang-Event, das kommt mit den US-Inflationszahlen ja noch nächste Woche Donnerstag. Und hier kann jeder Print, der über der Erwartung hineinkommt, die übrigens derzeit bei 8,1 Prozent liegt, den nächsten vielleicht sogar kleinen Ausverkauf am Aktienmarkt und somit im S&P 500 nach sich ziehen. Nun allerdings das große Aber. Dieser Quartalsstart nach zwei Handelstagen ist tatsächlich der beste Start in ein neues Quartal seit dem zweiten Quartal 1938, also wirklich schon historisch. Damals sind wir im zweiten Quartal mit 8,7 Prozent gestartet und der S&P 500, der legte damals nach diesen beiden Tagen im zweiten Quartal 38 für den Rest des Jahres noch um 42 Prozent zu. Die Indikationen gehen also eher in Richtung Long als Short. Auch wenn es nicht 42 Prozent werden, so viel Jahresschluss-Performance sollten wir nicht erwarten, aber dennoch. Technisch ist eine erste Aufhellung erst mit einer nachhaltigen Rückeroberung der 3.800er Marke zu sehen, weiterhin eventuell sogar gar erst über 3.900 Punkten und erst darüber wäre eine zeitnahe Rückeroberung der 4.000er Marke zu erwarten, zu sehen. Dafür muss noch einiges Wasser den Rhein runterfließen, aber nichtsdestotrotz, die Bullen haben gerade definitiv ein wenig Rückenwind. Dann natürlich die Frage, welche Aktien sind im aktuellen Marktumfeld super heiß? Und ganz voran schreitet natürlich Twitter, der Mikroblogging-Dienst. Und wir haben in diesem Zusammenhang gestern eventuell, der ein oder andere Hörer schon bereits hat die Meldung mitbekommen, Twitter wird nun doch von Elon Musk gekauft und zum ursprünglichen Preis von 54,20. Ich muss sagen, und das wissen einige Hörer hier im Podcast definitiv, ich muss überrascht sein, denn wir haben in diesem Zusammenhang meinerseits häufiger gehört, dass ich sagte, entweder es wird keinen Deal geben, nachdem Musk zurückgetreten ist, oder es kommt zu einem reduzierten Deal, irgendwo in der Range zwischen 40 bis 45 Dollar. Jetzt soll es der ursprüngliche Preis von 54,20 sein und alleine der Umstand, dass es jetzt zu einer Übernahme kommt, okay, aber keine Reduktion des Kaufpreises, das ist schon wirklich überraschend. Ja, gestern wurde wie gesagt bekannt, Musk die Übernahme twittert, will er nun doch vollziehen, 54,20 pro Aktie und das geht auch aus einer offiziellen Pflichtmitteilung an die Börsenaufsichtsbehörde SEC hervor. Also zunächst einmal gab es unbestätigte Gerüchte, das war seitens eines Bloomberg-Artikels, aber dann wurde das offiziell auch entsprechend über dieses Reading entsprechend bekannt. Und es ist wirklich schwer zu sagen, was Musk nun zum Umdenken bewogen hat. Grund könnte sein, dass Musk einen Erfolg vor Gericht hier in Delaware, der in roundabouts zwei Wochen ansteht, dieser Gerichtstermin, dass er diesen Erfolg für unwahrscheinlich erachtet hat und die Richter hier hätte nur schwer überzeugen können, dass die Kündigung des Kaufvertrages gerechtfertigt gewesen sei, da die mutmaßlichen Fake-Accounts hierfür nicht ausreichen würden als Begründung. Aber selbst dann überrascht es und dass Musk in dem Zusammenhang nicht auf die Idee kommt, nachzuverhandeln. Das ist irgendwie wirklich seltsam. Aber gut, es ist sein Geld, wir haben damit nicht viel zu schaffen. Für uns allerdings als Investoren stellt sich die Frage, was können wir daraus machen? Ich glaube, als Twitter-Investor bzw. als Twitter-Trader sind wir kurzzeitig vielleicht an der Twitter-Aktie interessiert. Eher Tesla-Investoren sind von diesem Deal viel interessierter, was das bedeuten könnte. Denn die Frage, die sich schon seit geraumer Zeit gehalten hat, ist ja, wie viele Aktien muss denn Musk noch aus seinem Tesla-Portfolio verkaufen, um den Deal auch stemmen zu können? Die Frage, die sich nun hier in diesem Zusammenhang stellt, ist, ist er schon durch? Ist die Finanzierung schon gesichert? Darauf deutet hin, dass es bereits zum Ende der Woche, zum Abschluss dieses Deals kommen könnte. Das war zumindest, was man gestern von CNBC hat hören können. Sollte Twitter einwilligen? Denn das Unternehmen, Twitter an der Stelle, hat nach den diversen Quälereien der letzten Monate noch nicht gesagt, dass sie jetzt hier einverstanden sind. Man hat eventuell ein wenig Angst, dass es sich um einen vielleicht juristischen Taschenspielertrick Musks handelt. Und erstmal wolle man hier alles in diesem Zusammenhang prüfen. Also man merkt, da ist einiges an bösem Blut offensichtlich geflossen. Aber wie auch immer, die Twitter-Aktie handelt aktuell zu 52 US-Dollar. Kurzfristig agierende Trader versuchen eventuell irgendwie noch einen Teil der verbleibenden 2 Dollar, 2,20 Dollar auf der Oberseite für ihr Trading-Konto herauszuschneiden. Also ganz kurzfristig agieren hier mittelfristige Investoren. Die schielen eventuell eher verstärkt auf die Tesla-Aktie, da die Aktie mit den nun weichenden Sorgen weiterer Verkäufe von Musk zwecks Twitter-Deal-Finanzierung vor einem vielleicht sogar kleinen Kurssprung stehen könnte. Andernfalls nach den Deliveries, die wir im Podcast ja hier gestern zum Thema gemacht haben, dann aber auch einen weiteren und aggressiveren Flaschen nochmal auf der Unterseite sehen könnte. Zumindest vor den Quartalszahlen, die hier in Tesla am 19. Oktober anstehen könnten. Also mittelfristige Investoren schauen sich Tesla an, kurzfristig agierende Trader sind hier eher auf Twitter fokussiert. Das waren Twitter, Börsenkürzel, TW, TR und Tesla, Börsenkürzel TSLA. Dann wollen wir einen Blick werfen auf Netflix. US-amerikanisches Medienunternehmen, das sich mit dem kostenpflichtigen Streaming und der Produktion von Film und Serien beschäftigt. Die Aktie von Netflix, die tauchte heute am Mittwoch in meiner Watchlist auf, ausgehend von einer interessanten technischen Konstellation. Wenn man sich hier mal einen Tageschart genauer betrachtet, jetzt ist das mit dem Hören etwas schwer, aber im Nachgang an den Podcast schauen wir mal auf einen Tageschart in Netflix, dann kann man erkennen, dass sich hier eine sogenannte Cup-and-Handle-Formation herauskristallisiert. Ganz interessant. Und mit einem Bruch über 250 Dollar könnte ich hier eine Aufwärtsbewegung zurück in Richtung 300 Dollar, vielleicht sogar höher bis 330 Dollar in den kommenden Wochen bis Monaten anstehen. Und das entspräche tatsächlich einem Gap-Close des katastrophalen Quartalsberichts hier im April noch für das erste Quartal 2022, wo Netflix ja ankündigte, dass man durch die sich eintrübende konjunkturelle Situation mit einem Einbruch der für Streaming-Dienste zahlenden Kunden im zweiten Quartal von zwei Millionen rechnete. Am Ende waren es dann nur knapp eine Million weniger Kunden, das wurde dann im Juli bekannt. Aber nichtsdestotrotz, Netflix hat sich in Folge dessen nun beginnen können, ein wenig zu stabilisieren und eben diese charttechnische Konstellation dort herausgearbeitet. Und jetzt kommt ein möglicher fundamentaler Katalysator, der für den Bruch höher sorgen könnte. Denn zeitnah sollen Details bekannt werden zum werbefinanzierten Streaming-Dienst. Und hier darf damit gerechnet werden, dass im Jahr 2025 Werbeeinnahmen von weltweit in Höhe von 2,7 Milliarden US-Dollar in die Kassen von Netflix gespült werden, davon 1,7 Milliarden US-Dollar aus den USA und Kanada. Die Frage wird sich in diesem Zusammenhang stellen, wie diesbezüglich die Wachstumsaussichten ausschauen. Klar dürfte sein, dass ein Teil der Wachstums- und Werbeeinnahmen durch niedrigere Abonnenteneinnahmen ausgeglichen werden dürften, da einige Kunden auf günstigere Alternativen auch innerhalb des Netflix-Ökosystems umsteigen dürften. Allerdings kommt es hier zu einer Überraschung, also sprich zu stärkeren Wachstumsaussichten hinsichtlich dieser Einnahmen, dann könnte genau das diesen Bruch über 250 US-Dollar auf den Weg bringen und dann eben in den kommenden Wochen, vielleicht schon, aber mindestens in den nächsten sechs bis zwölf Monaten diesen Gap-Close denkbar werden lassen und somit auch für mittelfristige Investoren von Interesse sein und der Lauf der Netflix-Aktie zurück in Richtung und auch vielleicht über 300 US-Dollar initiiert werden. Das war also Netflix. Börsenkürzel NFLX. Und dann wollen wir final einen Blick werfen auf Rivian, den US-amerikanischen Hersteller von Elektroautos. Rivian hatten wir hier im Podcast in der Vergangenheit schon häufiger zum Thema gemacht, sei es als möglicher Übernahmekandidat und hier besonders in Bezug auf Apple oder sei es auch in Bezug auf seine jüngst verkündete Kooperation mit Daimler zum Beispiel oder auch die Teilhaberschaft von Amazon. Und Rivian gestern mit mehr als 10% Kursplusgrund, Rivian hat seine Produktion im Werk in Normal Illinois kontinuierlich hochgefahren und im dritten Quartal mehr Fahrzeuge produzieren können als im Jahresquartal zuvor. 7363 Fahrzeuge liefen in der Fabrik in Illinois vom Band. Das teilte das Unternehmen bereits am Dienstag mit und an Kunden ausgeliefert hat der Elektrobauer im Berichtszeitraum 6584 Fahrzeuge. Damit summiert sich die Zahl der produzierten Fahrzeuge im bisherigen Jahresverlauf auf mittlerweile 14.317 Fahrzeuge, wobei nun noch rund 10.700 Fahrzeuge fehlen, um das Jahresproduktionsziel von 25.000 zu erreichen. Rivian bestätigte im Rahmen der Pressemitteilung nach dem dritten Quartal auf Kurs für die Gesamtjahresproduktion zu sein, auch wenn diese deutlich dennoch unter der ursprünglichen Konzernprognose liegt, die 2022 mit 50.000 Fahrzeugen, die produziert hätten werden sollen, ausgegeben wurde und die man dann eben heruntergenommen hat, diese Erwartung. Schauen wir mal, ob es einen zeitnahen Bruch hier, eine Rückeroberung der 41-Dollar-Marke zu sehen gibt. Falls ja, dann könnte die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial bis deutlich über 60 Dollar hier in den kommenden Monaten zu sehen bekommen beziehungsweise freigesetzt werden. Das war Rivian, Börsenkürzel R-I-V-N. Und das war der Admirals-Aktien-Podcast 2.0 heute am Mittwoch, den 5. Oktober 2022. Denken Sie daran, die Republik kann traden und sie kann traden und investieren 2.0 mit Admirals. Ich hoffe, Sie hören auch morgen wieder rein hier am Donnerstag, dann am 6.10.2022. Bis dahin wünsche ich Ihnen ein Happy Trading. Passen Sie auf Ihre Stops auf, haben Sie sich wohl, machen Sie es gut. Bis dann und tschüss. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt. Wir freuen uns, Sie auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Neu an jedem Börsentag am frühen Nachmittag. Das war Aktien 2.0 mit Jens Knatt.